Luca Henni und seine Frau Christina sind im Sommer 2024 zum ersten Mal Eltern geworden und lassen ihre Fans an ihrem Baby Alltag teilhaben. Ihre Tochter ist ihr großes Glück, doch manchmal zehrt diese neue Herausforderung eben an den Nerven. Eltern werden ist nicht schwer, Eltern seien dagegen sehr. Luca Henni und seine Frau Christina sind seit wenigen Monaten Eltern einer süßen Tochter. Doch nun merken sie, dass sie an ihre Grenzen kommen. Plus 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 Luca Henni seine Christina, Bühnen-Comeback, Formauftritt noch schnell gestillt, plus 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 schon seit längerer Zeit sei das Paar nun auf der Suche nach einer Nanny. In ihrem Podcast Don't Worry Be Henni, RTL Plus, sprachen die beiden nun über die Schwierigkeiten, vor allem für die junge Mutter. Ich merke, langsam wird es echt schwierig. Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer. Das Problem ist, ich sollte auch wieder arbeiten, so Christina. Auch Luca sei durch seinen Job derzeit sehr eingespannt. Babyarbeit nicht vereinbar Auch wenn viele denken, dass es für Christina einfach sei, von zu Hause aus zu arbeiten, stellt sie klar, dass dies nicht der Fall sei. Solange das Baby da ist, könne sie sich nicht ausreichend auf ihre Arbeit konzentrieren. Deshalb ist eine Nanny dringend erforderlich, um sie zu entlasten. Zwar war der gemeinsame Urlaub sehr schön, doch nun, im Alltag zurück, gehen die Sorgen wieder von vorn los. Wir drücken die Daumen, dass das junge Paar endlich Entlastung findet. Vielen Dank. Vielen Dank.